So, wo sind wir? Oh, was war das denn gerade? Erst war alles... Okay, je nachdem wie wir uns drehen, ist entweder alles hell oder alles dunkel. Och, nicht schlecht. Wir sind, glaube ich, von draußen, von hellen gekommen. Ich weiß nicht. Wir versuchen nicht aufzufallen. Ich würde gehen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Und die Zeit ist knapp. Es würde Königin Honorator und der Rebellion viel bedeuten. Achso, wie soll... Du sollst... Ja, was machst du? Ja, ja, ja. Ich muss mich nochmal kurz in ein Lager verwerben. Das hier war wirklich nicht mein Plan, als ich sagte, ich will Honorator unterstützen. Ätli ist stark genug. Ja, er ist ein Krieger. Ich weiß. Ich hasse es trotzdem. Ja, das kann ich verstehen. Warum kriege ich keine Updates fürs Messer? Oder muss ich das irgendwie benutzen oder so? Das ist doch scheiße. Oh, Moment. Ich habe ein Upgrade hier noch für. Das konnte ich... Ne, das konnte ich eben nicht machen. Das kann ich jetzt auch nicht machen. Toll. So. Ach, der ist schon vollständig verbessert. Ach, ich kann nur die anderen... Kann ich voll... Also kann ich noch weiter verbessern. Ah. Okay. Effizienter als ein geradliniges Gegenstück. Erhöhte Spannung der Bogensehne verursacht mehr Schaden bei gerüsteten Gegnern. Erhöht den Feuerschaden. Fügt Tieren mehr Schaden zu. Warum bin ich eigentlich denen, der Tieren mehr Schaden zufügt, äh, verbessert? Weiß ich jetzt auch nicht. Wir machen jetzt mal erstmal das hier. Ähm. Versteckte Arme ermöglichen. Erhöhte Spannung und schnellere Feile. Was sind Schaden wieder... Oh. Äh. Erhöht. Boah, ich kann nicht mehr reden. Okay, davon habe ich jetzt nichts mehr. Ach, das... Das soll ein Kopf sein, glaube ich. Also das ist wahrscheinlich wirklich Leder. Schnelleres Auflegen der Feile. Höhere Schussfrequenz. Das können die auch nochmal... Ähm. Schneller Spann. Das wäre auf jeden Fall schon mal wichtig. Wie weit das das Leder ist. Sehe ich gerade. Äh. Verlängert dadurch die Haltezeit. Ja. Okay. Ja, ich meine, wir haben ja jetzt noch, ne. Brauchen wir hier oben... Brauchen wir was ganz anderes für? Nehmen wir das auch. Komm. So. Äh. Genau, da fehlte mir noch eins. Das heißt, das lasse ich jetzt erstmal. Mit der Schussfrequenz. So, dann gibt's noch den mit Flammenschaden. Mit mehr Geschwindigkeit und mehr Kraft. Können wir da denn irgendetwas machen? Ups. Nein, ich wollte eigentlich nicht. Ja, fiktieren mehr Schaden zu. Ja, eigentlich müsste ich ja jetzt das hier nehmen, ne. Eigentlich müsste ich ja den nehmen. Weil ich will ja jetzt keinen Tieren Schaden zufügen. Ich bin auch wieder so blöd manchmal. Da habe ich jetzt gerade noch genug für... Was denn Schaden erhöht? Ja, das machen wir dann auf jeden Fall. Können wir die anderen nicht mehr machen. Aber dadurch erhöhen wir den Schaden. Also ist mir das egal. So, was haben wir... Die kann ich jetzt gerade alle gar nicht machen. Das ist geil. Das will ich haben. Was haben wir noch? Oh mein Gott. Das muss nicht unbedingt sein. Ja, was war das denn? Okay, also das bringt mir jetzt nicht wirklich was. Das hier erhöht die Munitionsmittel, die unterwegs hergestellt wird. Das wir hier mit reduziert erlittenen Schaden durch Kugeln und Pfeile. Reduziert erlittenen Schaden durch Nahkampfangriffe. Das ist der hier. Gesundheit... Achso, sie werden im Kampf seltener niedergeschlagen. Und das, was ich gerade anhatte, bringt mir das irgendetwas? Hat gar keine Vorteile. Achso, Moment. Ermöglicht aber den Kontakt mit Rebellen. Aha. Ja, sonst lassen wir das hier auf jeden Fall nochmal an. So, Fähigkeiten haben wir, glaube ich, nur einen Punkt. Den, äh, spannen wir uns jetzt, glaube ich, erstmal auf, weil hier ist jetzt so nichts mehr. Das ist alles zwei Punkte. Ja. Was wird das? Nee, also den spannen wir uns auf jeden Fall erstmal auf. So, dann lass uns mal miteinander reden hier, Jüngchen. Uchu und ich haben nur geplaudert. Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Aetzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Aetzlis Vater Sairi starb, ließ Unuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss drei heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig. Zwei Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Okay, das klingt nach einer großen Herausforderung. Haben wir denn irgendwas auf der Karte verzeichnet? Wir müssen nach oben, so wie es aussieht. Nee, nicht Relikt. Aktuelles Einsatzziel. Okay. Ja, gut, dann wollte ich sagen, gehen wir da auch mal hin. Logisch irgendwie, ne? Ja, springen, Lara, springen. Guck mal, kannst du unterwegs auch schön was einsammeln. Wir haben jetzt alles verkauft. Achso, da bin ich. Jetzt mache ich mir meine Füße wieder schmutzig. Das ist nicht gut. Ist das da oben? Ja. Jonah, die Mine muss hier irgendwo sein. Ucho sagt, sie liegt am Fuß des Berges. Er hat einen Rebellen geschickt, um sie zu öffnen. Danke. Okay, dann hätte ich vorhin auch gar nicht da rumgekommen. Na gut. Endlich da. Oh, ist das grell. Hallo, Leute, geht's noch? Ist das ein Grafikfehler, oder was soll das hier werden? Oh, ist ja gar nichts mehr. Leute. Ich nehme an, ich muss nach unten, ne? Ja. Das hört sich allerdings nicht gut an. Ja. Sind sie schon am Trommeln? Ich muss vorsichtig sein. Und ich kann immer noch nicht meine Waffen benutzen. Warum kann ich hier meine Waffen nicht benutzen? Okay, dass sie jetzt nicht mehr läuft, ist ja jetzt noch die eine Sache, aber... Ja, ach ja, nimm deine Waffen, nimm deine Waffen! Keinen Bogen! Yes! Oh, nein, das wollte ich nicht. Yes, die brauchen wir ja. Okay. Ah, hier oben stand doch eine, oder nicht? Seht ihr mich dann nicht? Wahrscheinlich sieht ihr mich, oder? Hallo, sollst du es nehmen? Ist wieder weg. Weg ist der Kerl! Muss ich das hochspringen? Oh mein Gott, ich umsprünge. Nein! Du siehst mich nicht, oder? Wenn ich hier rumkletter? Du siehst mich nicht. Ich vertraue darauf, dass du mich nicht siehst. Ich meinte, steht da einer? Ne. Ich bin drin. Honorator ist eben mit Hakan aufgebrochen. Sie ist bereit, sobald du das Tor öffnest. Ach so, er meinte gar nicht. Okay. Ähm, ja, hier, ich weiß nicht, ich werde das mal kurz anklicken, weil ich weiß nicht, ob man das sonst registriert als Feuerstelle. Doch er hat es auf jeden Fall jetzt registriert. Ich weiß nicht, ob er es nur registriert, wenn ich das einklicke, oder auch wenn ich das sehe. Okay, also ich kann da noch oben hoch. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal in die Kammer rein und gucke da mal eben, was da ist. Was war das? Hat die schon fast gehofft. Und da, kann sie etwas zu lange gewartet vielleicht? Den Fehler werde ich nicht machen. Ich denke, ich muss da rüber. Aber, da hat sie schon recht, der Sprung ist ein bisschen groß. Ich glaube, da kommen noch welche. Oder? Oder meine ich das nur... Hat der jetzt Selbstgespräche geführt, oder was? Verarsch mich nicht. Auf der richtigen Spur. Das ist gut. Die Frage ist nur... Vorsicht! Das ist gut. Das ist gut. Hallo! Ah! Du jod! Was sollst du denn anschießen? Wer ist das? Was ist das? Ich wollte das, glaub ich, Pfeile dabei. Kann das sein? Sonst nichts doch! Dahinten ist noch was. Was ist das hier? Ach, das sind diese... Naja, das kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Aber gut. Ah, jetzt hier noch irgendwas, hier können wir auch nichts lesen oder so. Hier bin ich wohl richtig. Ja, das würde ich auch sagen. Ihr merkt schon, ich bin jetzt gerade etwas eingespannt in der Situation, weil ich sag gar nichts mehr. Ach! Oh! 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 Schön, steh mal. Komm, komm, komm. Ist da noch einer? Da ist das Tor, das ich öffnen muss. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Du, mich auch. Das heißt, obwohl das gerade keiner mehr da ist. Er muss, könnte auf der Mauer dort sein. So. Ja, da ist er auch. Aber da unten sind noch einige Sachen, die ich noch nehmen kann. Was ich auch tun will. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Was bist du? Ach, das ist wieder so ein... Ah, ich hasse diese Dinge. Ach, der ist das. Oh, okay. Ist das so eine Kampfpuppe? Kann man da irgendwie... Ich kann die nicht benutzen, schade. Nein. Ich wollte es nehmen. Jetzt kann ich es nicht mehr nehmen. So. Eigentlich doch, da habe ich noch was gesehen. Also, das muss hier alles anscheinend abgefackelt werden. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, nee. Da hätte ich nicht drauf schießen müssen. Das ist einfach nur Holz. Okay. Da ist noch... Nein, das ist Stoff. Den hätte ich vielleicht auch mal verkauft. Dafür habe ich nicht genug Platz. Von wo habe ich die denn bitte alle... ...äh... ...abgeschossen? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ich hab's ja auch gesehen. Da ist noch was. Das kannst du, glaube ich, so mitnehmen. Sehr schön. Okay. Okay. Wo muss ich denn hin? Kann ich hier hochklettern? Kann ich. Sehr schön. Tja. Ja. Das war so klar. Ach nee, die sind das. Ah, okay. erst mal. Das war. Nichts. Hundun und Schokol, Kalantville! Mutter! Uzo! Bring ihn weg von hier! Wacht!